Hallo meine Lieben, willkommen zu einer Runde Verschreckspiel. So heißt es im Deutschen, im Englischen, Hide and Shriek. Auch ein Willkommen an die Zuschauer bei Shining. Mein! Shining ist übrigens dabei. Oh, die Fuschfalle. Das ist eine Falle, die du auf den Boden setzen kannst. Richtig lustig. Oh, diesmal bin ich blau. Ich hab rot. Oh Gott, ne neue Welt, ich komm gar nicht mehr klar. Ich glaub, so ganz leichte Unterschiede gibt's manchmal bei der Map übrigens. Aber ansonsten ist es immer die gleiche. Oh, ich hab hier ne richtig fiese Falle. Rollen sind gute Falle. Was ist das? Hier ist ein komischer Nebel. Ich hab ein Mächter in deinem Altar gesetzt. Ah. Okay. Der haut dich, wenn du in die Nähe kommst. Und du bist dann in lila. So nenn ich immer die Nebenwelt. Achso, und ich dachte, der passt einfach auf, dass keiner meinen Altar klaut oder so. Und nebenbei, das Wombloch, das kann man übrigens tatsächlich auch an den Boden setzen. Es gibt noch ne zweite Version davon. Also, der Schwung vom letzten Mal, der wär sogar legit gewesen. Das hättest du wirklich machen können. Aber erst mit der Furchtasche, die halt in dieser Runde mit dabei ist. Ach ja. Okay. Ja, stimmt. Es sind ja mehr Ruhnen da. Grün und lila wäre das. Gibt ja mehr Ruhnen, als es, ähm... Kugeln gibt. Ruhnen findest du fast überall. Hat dich der Wächter erwischt? Oh, es geht. Mann, ich find gar keine von meinen Kugeln. Darf ich mal eine Kugel finden? Nein. Ah, geht doch. Wenn du nur nach meiner Meinung fragst, dann nicht. Oh, guck mal hier, ein Lachs. Och, nö, ich will nicht. Und da die Kinder ja was lernen sollen, der hat die stärkste Beißkraft und der ganzen Natur. By the way, es gibt ein Archivfilm für dieses schwarze Loch, was du über einen spawnst. Wenn du es schaffst, dass ein anderer stattdessen reinläuft, also du selber. Ah. Das kann man tatsächlich hinkriegen. Einfach in den anderen Spieler dann reinrennen und dann wird der stattdessen reingesogen. Ist richtig lustig. Habe ich einmal hinbekommen. Einmal und nie wieder. Ich bin hier ganz fleißig am Ruhnen basteln. Ja. Kugelchen. Das hast du nicht gesehen. Ah. Hast du was abbekommen? Nee. Ich wollte dich eigentlich erschrecken, aber leider. Nee, ich bin da schon längst weg. Nein. Dann nimm halt die Falle. Nochmal. Da war ein schwarzes Loch auf dem Boden. Und ich habe komplett den falschen Weg. Ich verliere so viele Punkte. Nein. Du kannst nicht mal sprinten in dieser Welt. Das ist so gemein. Altar. Wo bist du? Altar. Nicht hier. Ach, hier ganz in der Ecke. Oh Mann, ich dachte, der gehört zum normalen Deko. Das hast du nicht gesehen. Nee, war auch nicht in der Nähe, glaube ich. Oh nein. Ich wurde erwischt. Ja. Ich habe ihn. Nebenbei, wenn du so eine Falle auf eine Tür einsetzt, dann schließt sie sich sofort. Das ist auch immer ganz schön. Muss man sich nicht extra schließen. Erwischt. Ich weiß gerade nur nicht, womit. Einer Plennfalle. Mann, ich finde meine Kugel nicht. Eine hatte ich irgendwo gesehen. Die habe ich dann da hingeworfen. Ich finde nur deine. Das ist gut. Das macht gar nichts. Ja, ey. So ein Dreckszauber. Da liegt eine von dir. Oh, mich hat irgendwas erwischt. Das war mein Irrlicht. Das habe ich einfach umgeworfen. Frech ist Irrlicht. Oh, wieder. Du hast den ganzen Kall vermint, oder was? Ich habe da direkt ein schwarzes Loch hingesetzt. Ja, das schwarze Loch. Nehmt den Irrlicht. Nehmt den anderen Ding da hin. Das ist doch 100 Prozent der Falle. Ne, du hast eine von meinen Kugeln, glaube ich, irgendwo hintragen wollen. Die ist nämlich gerade verschwunden. Deswegen finde ich meine Kugel nicht. Du nimmst jede einzelne Kugel und stürzt mit denen. Und ich muss gar nicht eine Kugel mehr finden. Das kann man halt tatsächlich machen. Ach, das ist gut zu wissen, denn ich habe hier gerade eine von denen. So, wo ist die eine Falle? Wo ist mein Altar? Aha, Punkte, endlich. Der Exo hat schon wieder viel zu viele Punkte. Ich? Nein. Ja. Die reichen noch lange nicht. Guck mal, ich habe gerade mal ein paar mehr als du. Gerade mal 18.000. Ne, 17.000. Du holst ganz schön auf. Das ist doch auch schon wieder eine Falle. Oh, da liegt eine deiner Kugeln. Oh, da liegt noch eine deiner Kugeln. Ich habe jetzt, ich habe eine Falle, die will ich unbedingt im Einsatz sehen. Ja, du bist drauf reingefallen. Ach, nein. Das ist so ein magischer Sprengclone. Er rennt mit einer Falle zum Altar. Und wenn der andere ihn versucht zu jumpscaen, dann kriegt er die Explosion ab. Oh, wie gemein. Das wollte ich unbedingt im Einsatz sehen. Ja, schön, dass ich behilflich sein konnte. Immer wieder gerne. Ach, dafür lohnt es sich. Dafür lohnt es sich, keine Punkte zu sammeln. Mann, ich finde halt echt keiner, wo ein Kugeln und wenn, dann ist es eine Sprengfalle. Also, ich kann dir sagen, mittlerweile gibt es genauso viele Sprengfallen wie Kugeln. Ach so, dein Altar hat sich gerade aus dem Staub gemacht. Ach so, der verschwindet auf einer Zeit? Ja, die sind verschwinden an der Zeit und setzen sich woanders hin. Also, man sollte schnell die Kugeln hinbringen, wenn man weiß, wo. So, ich werfe mal eine deiner Kugeln in die Spüle. Die findest du niemals. Ich gebe dir einen Hinweis. In einem Raum, wo viele, viele deiner Kugeln sind, habe ich an jeder Tür mit Fallen. Vielleicht hilft dir das weiter. Eine deiner Kugeln, die schmeiße ich mal beiseite. Oh, du machst die Schränke auf und zu. Die hört man nämlich. Also, die Schulschränke hier. Die sind richtig laut. Ich habe jetzt auch eine Runde, die ich gerne mal testen würde. Allerdings weiß ich gerade nicht, wo genau. Hast du eine der Bob-Map bekommen? Mir ist ja gerade was ins Gesicht geklatscht. So ein Schrumpfkopf. Ah, okay, das war eine Furchtfalle. Ich höre was Böses. Ah, ich bin taub. Und du hast einen Wichter in mein Altar gesetzt. Was? Nein. Will ich niemals machen. Das schwiegert ich auch. Bin ich schnell genug? Ja, ich war schnell genug. Ihr habt sie schnell genug abgeliefert. Ach, nein. Der kreist halt um den Altar rum. Wenn du ganz schnell ablieferst, dann kriegt er dich nicht. Dann verschwindet der. Das ist aber auch die einzige Art, den Altar zu konten. So, Durchdringung. Was ist da, Trin? Oh. Ab in die andere Welt mit dir. Ich will nicht. Na, warte. Dafür riechst du das hier doch. Wolltest du mir auch einen Teil verpassen? Oder hast du versucht, mich mit meiner eigenen Falle zu treffen? Nein. So eine doofe Rune. Nein, dann direkt noch eine Bombe hinterher. Verdammt. Das ist ja nett. Jetzt hast du mir mehr Punkte gegeben, als ich verloren habe. Verdammt. Geh direkt zurück in die andere Welt. Oh nein, nicht mal wieder. Das ist nicht fair. Ich muss eine Metaculture abliefern. Aber ich finde keine. Ich finde nur deine mal wieder. Okay, wo ist das Ding? Time's up. Ich habe in dem letzten Moment noch getroffen. Nee, du hast 100 Pro gewonnen. Oder... Nee, ich habe gewonnen. Ich habe durch den Bonus noch gewonnen. Ja. Ja. Ja, aber wie viele Punkte? Wow. Gerade mal so 5000 mehr. Ich habe was Neues tatsächlich auch bekommen. Nee, aber der Bonus ist ja unfassbar viel. 11.000 Punkte Bonus. Wow. Ja, und ich habe mich... Oder doch einen. Doch, einen habe ich gesagt. Ja, doch, einen. Einen, genau. Wo du auf meinen... warst du auch schon mal auf den anderen? Oder? Was war das? Da war irgendein Rauch. Nee, Rauchfallen hatte ich keine. Ach so, du meinst den... Die Geisterwache. Ja, die ist auch fies. Da musst du halt wirklich schnell sein. Ja, aber da bin ich auch schon mal drauf reingefallen. Da habe ich es auch versucht, dich zu erschrecken. Und das warst du gar nicht. Ach so, du dachtest, ich wäre der Rauch. Wir sind von Anfang an im selben Raum, ne? Ja. Aber zum Glück ist die Schreckladung nicht bereit. Der ist einfach drüber geflogen, die Kugel. Hallo? Oh, äh, ich habe verwechselt uns beide. Äh. Nein, die willst du nicht. Die schmeiße ich jetzt weg. Ich habe deine Kugel gefunden und in den anderen Raum geworfen. Und jetzt schließe ich die Tür ab. Ich habe sie schon längst abgegeben. Ich finde mal wieder meine Kugel nicht. Das ist doch nicht wahr. Das ist wieder deine. Gönn mir doch mal meine Kugel ins Spiel. Das ist nicht fair. Das machst du gut, Spiel. Braues Spiel. Weiter. Das ist das Spiel. Hat irgendjemand die Tür abgeschlossen? Habe ich denn hier keinen Schlüssel? Brauche ich einen Schlüssel? Äh, hier sind 10.000 Kugeln. Das macht ihr nicht. Viele schöne Kugeln. Oh, da sind ganz viele von dir. Die lasse ich mal da. Ich hatte den Schwellblick. Gibt es aber auch eine Warnung, wenn ich den aktiv habe. Ich habe die Warnung mitbekommen. Ich war hier gerade schön am Falten platzieren und so. Da sind halt einfach in dem einen Schrank zwei Kugeln von dir. Ja, ich weiß. Da wollte ich gerade hin. Jetzt habe ich vergessen, wo die waren. Alle nahen Zauber brechen. Mach ich mal. Dann ist der Schrank wenigstens safe. Der allerschönste Zauber ist zum Beispiel auch furchtlos. Dann kannst du den Jumpscare nicht abbekommen. Hast du das gehört? Was ist? Ne. Ich habe es nicht gehört. Guck mir gerade dieses wunderschöne Bild hier an der Wand an. Da schwingen die Kugeln auch nach der Zeit. Oh, ich habe die Katzenohren gefunden. Auf dem Skelett sitzen Katzenohren, falls du die haben willst. Äh? Äh? Nein, der hat mich blind gemacht. Ja, das hat er richtig. Das habe ich ihm auch gesagt, dass er das macht. Das ist illegal. Wo ist hier ein Skelett? Oh. Oh. Die unterrichten den Xudomythos. I will not do it again. I will not do it again. Ich sehe nichts. Bart war hier. Oh, wie lang ist sie denn blind? Eine ganze Weile. Ich glaube, so 20 Sekunden ist man blind. Oh, das hätte ich ausnutzen müssen. Hätte ich das gewusst. Nein. Oh. Irgendwas hast du abbekommen. Aber das war nicht meine Falle. Ich habe keine Punkte bekommen. Moment. Okay. Dann habe ich gerade richtig Mist gebaut. Ja. Spätblick. Ja, ich habe nur gehofft, du wärst auf der anderen Seite. Aua. Ein Popquiz. Gut Kombination. Da stehen sogar so ein paar Kombinationen, die man machen kann, dran. Warum sind hier so viele meiner... Oh, Schreckenskompendium. Sehr schön. So, das gebe ich mal direkt zurück, ne? Nein, 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 nein. Nicht wahrn. Scheiße, du warst auf der anderen Seite der Wand. Ja! War ich. Ja, warst du. Das ist mir vorhin auch schon passiert. Kann man auf eine Tür eigentlich mehrere Fallen anwenden? Oder überschreiben? Äh, ich meine, die überschreiben sich. Dann kann das sein, dass ich mich deswegen vorhin selbst erwischt habe. Weil ich was anderes erwartet hatte. Das ist wieder eine von deinen Kugeln. Ich finde, alle ist nur nicht meine. Also hier im Schamierraum? Hatte ich was gesehen? Nee, da bin ich nicht. Ich meinte deine Kugel. Oh, Kugel in den Kaffee. Schade, liegt oben drauf. Du hast irgendwo was abbekommen. Ja. Und zwar meine eigene Falle. Ja! Oh, nein! Standst du direkt vor der Tür? Nee, ich wusste, wo die Falle war. Und hast du Punkte bekommen? Ich habe die Punkte, die auf dem Boden lagen, bekommen. Achso, nee, ich dachte, fürs Setzen vielleicht, aber okay. Und schon lege ich meine Kugel wieder ab. Ja, wenn man weiß, dass es kommt, ist es weniger schlimm. Er hat nur Windfalle abbekommen. Ja! Meine Chance zu flüchten. Kein. Ah, komm schon! Tür! Lass mich! Äh, Wind, lass mich! Tofa. Och, Mann. Und jetzt habe ich auch noch eine Bomber. Ja, er ist auf meinen Prank reingefallen. Welche war's? Ich dachte mir so, ich kann ja irgendwie was anderes machen in der Zwischenzeit, aber nö. Nee, das ist dein Altar. Ich suche mein. Hier ist mein also. Erwischt! Mein Herz. Dafür habe ich jetzt ein paar Punkte geopfert, aber ich wollte dich einfach nochmal erwischen. Aua. Mein armes Herz. Ach, und jetzt finden die zwei Kugeln von mir instant. Das kann keine Falle von dir sein. Die liegt da so doof drin, die Kugel. Und wieder eine Kugel in den Mülleimer. Da gehören die gar nicht hinten. Doch. Nein, nein. Oh! Ich konnte aber noch abliefern. Nein! Das war meine eigene Windfalle. Sehr gut. Bei den Pucken ist es gerade richtig knapp. Instant Karma. Ich war doch nett. Ich weiß nicht, wovon du eh bist. Schnell abliefern, solange ich Jumpscaren kann. Sag mir, du mal, wo du bist. Nee, lass mal. Da bin ich. Ach, nein! Das Schöne für dich ist, ich war Null in der Nähe. Feenfunken ist auch so ein richtig schönes Atem, wenn der andere die Späßsicht hat. Nein, ich hatte den Jumpscare nicht ready! Weil ich hab die Schritte sehen können. Du hast ja wirklich über alle Köder versteckt. Mach auch noch irgendwas anderes. Ich suche die ganze Zeit mal die Dreckskugel. Das Schöne ist, dass der Altarske noch neben einer meiner Kugeln gespawnt. Ja. Gerade mal so ein, zwei Meter daneben. Wo bist du? Das findest du schon nicht raus. Die Kugel sieht man trotzdem noch vom anderen. Also so ganz, ganz leicht schimmern. Ich hatte gehofft, jetzt hatte ich perfekten Konter. 19 Sekunden. Der Konter war trotzdem gut, weil ich konnte trotzdem dich ganz schlecht sehen. Hier liegt ein Etar von mir, aber keine Kugel. Bitte, seine echte Kugel. Scheiße. Endlich. Nein. Alles liegt an den Bonuspunkten. Ja, das gefängst du. Nee, sie knapp war's. Okay, ich hab gewonnen. Knapp war's trotzdem. Aber hast gewonnen. War doch wieder nice. Glückwunsch. Ja. Wieder zwei sehr schöne Runden. Ich hoffe, euch hat's auch gefallen. Mir hat's gefallen. Shining, denke ich, glaube ich, auch. Ja, ich hatte meinen Spaß. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Schaltet euch beim nächsten Mal wieder ein. Und schaut auch mal bei Shining vorbei. Mit dem Kanal verlinken wieder. Der Katzenterminator grüßt euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschau. Tschau. Tschau.